Wissen. Billig ist nicht immer schlecht. Woran können Kunden erkennen, ob sie zu guten Produkten greifen oder betrogen werden? Von Urs Willmann, unter Mitarbeit von Gunhild Lütke. Pferd in Lasagne, Gulasch und Nestle-Nudeln mit Fleischfüllung ist für den Ironiebegabten durchaus ein Glücksfall. Plötzlich und ganz ohne Aufpreis finden sich in seiner schnöden Fertigkost Anteile hochwertigen Pferdefleischs. Vom Skandal profitiert aber auch der ernsthafte Kunde. Werden die Lebensmittelkontrollen, wie jetzt angekündigt, verschärft, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass er künftig Opfer von Lebensmittelverunreinigungen wird, in denen es um mehr geht als dreiste Rosttäuschung. Die Gunst der Stunde nutzen jetzt die Pferdemetzger. Während im Zuge des Skandals klar wurde, zu welchen Missständen Massenproduktion führt, durften sie öffentlich ausbreiten, in welchen Belangen ihre Handelsware, Fohlenfilet, Hengstbulette und Rossknacker, den gemeinen Schlachterzeugnissen von Rind und Schwein überlegen ist. Pferdefleisch ist kurzfaserig, aromatisch, fettarm, eisenreich. Und Oma weiß zu erzählen, dass das Pferd doch früher immer dort war, wo es heute wieder gefunden wird. Im Gulasch. Was wir erleben, ist also Aufklärung im besten Sinn. Jenseits aller Pferdefleisch-Hysterie bleibt allerdings die grundsätzliche Frage, wie steht es um die Billigware im Supermarktregal? Muss man theoretisch in allen Tiefpreisangeboten mit unerwünschten Ingredienzien rechnen? Anders gefragt, kann billiges Essen gut sein? Zunächst einmal, natürlich muss auch in Fertiggerichten drin sein, was draufsteht. Egal zu welchem Preis, die Produkte müssen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, sagt Matthias Wolfschmidt von der Verbraucherorganisation Foodwatch. Das ist eine Binsenweisheit, doch sie zeigt, dass Politiker und Behörden Minimalstandards gewährleisten müssen, indem sie Vorschriften und Grenzwerte festlegen, Deklarationen einfordern und die Höhe von Strafen festsetzen. Doch selbst wenn die bestehenden Gesetze alle eingehalten werden, bleibt Raum für Mogeleien. Das Geschacher mit Pferdefleisch belegt, wie unübersichtlich die Warenströme heute sind. Und genau das macht die Lebensmittelindustrie so anfällig für Betrügereien. Wie kann der Kunde dennoch herausfinden, ob er gutes Essen kauft? Antwort? Eine hundertprozentig eindeutige Antwort gibt es nicht. Denn keines der diversen Kriterien, die im Zuge der Pferdefleischdebatte ins Feld geführt wurden, hält einer rigorosen Überprüfung stand. Egal, ob man sich am Preis, am Biosiegel oder an der Herkunft orientiert, überall sind böse Überraschungen möglich. Dennoch gibt es bessere und schlechtere Strategien beim Lebensmitteleinkauf. Und wer will, kann das Risiko, Täuschern aufzusitzen, erheblich minimieren. Beginnen wir beim Preis. Ist billig automatisch schlecht und teuer gut? Solch generelle Aussagen könne man nicht treffen, heißt es bei der Stiftung Warentest. Ihre Untersuchungen hätten gezeigt, dass Billigprodukte mal Top und mal Flop sind. Und selbst Edelmarken können versagen. Ähnliches bekommt man andernorts zu hören. Der Preis sagt nichts darüber aus, wie pestizidbelastet der Kohlkopf ist, stellt Silke Schwartau von der Verbraucherzentrale Hamburg fest. Gleichzeitig könne es durchaus sein, dass ein Laden ein bestes Hackfleisch zum Schleuderpreis anbietet als Lockangebot. Dafür holt er das Geld mit Pralinen und Shampoo wieder rein. Dass preisgünstige Ware nicht automatisch minderwertig sein muss, zeigen auch die Analysen des Magazins Öko-Test. In dessen Erdbeerjoghurt-Wettbewerb landete ausgerechnet der billigste Joghurt für 29 Cent auf Platz 1. Neben einem teuren Joghurt für 1,05 Euro. Bei Gesundheitstees schnitt der Tee einer Drogeriekette für 6 Cent pro Tasse mit Gut ab, während ein dreimal so teurer Tee aus der Apotheke mit Ungenügend bewertet wurde. Bei der Stiftung Warentest wiederum avancierte ein Sonnenblumenöl von Aldi für 1,49 Euro pro Liter zum Testsieger, während das teuerste Öl für 7 Euro bloß auf dem zweiten Platz landete. Und bei einem Toastbrot-Test schnitt ein Billigprodukt für 49 Cent fast ebenso gut ab wie der teure Toast für 1,29 Euro. Ähnliche Erfahrungen hat Sternekoch Nelson Müller gemacht, als er für den Fernsehsender 3SAT testete, wie gut billig Bio-Ware aus dem Supermarkt ist. Für Milch und Käse sowie Obst und Gemüse gilt, die Ware ist günstiger zu haben als im Öko-Fachhandel. Im Supermarkt kann man echte Schnäppchen machen, sagt Müller. Steht also alles zum Besten in Deutschlands Lebensmittelregalen? Tatsächlich könnte man argumentieren, dass unser Essen rein statistisch sicherer ist als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Fast 90% der konventionellen Lebensmittel schnitten seit 2007 mindestens mit Gut ab, meldet die Stiftung Warentest. Tendenziell sei auch die Pestizidbelastung der Nahrung gesunken. Und durch den Preiskampf der Discounter kommt der Verbraucher sogar in den Genuss billiger Kopien teurer Markenprodukte. Die zwei Varianten eines Joghurts, eines Frischkäses oder eines Brots mögen zwar unterschiedlich heißen und aussehen, doch können sie aus demselben Betrieb stammen und nahezu identisch sein. Denn ein Hersteller, der mit seinem Produkt einen möglichst großen Marktanteil halten will, bietet dieses häufig zugleich als Marken- und als No-Name-Produkt an. Offen kommuniziert wird so etwas selten. Die meisten Hersteller verschleiern diese Vorgehensweise, indem sie ein, zwei Farbstoffe ändern, damit die Zutatenlisten der beiden Produkte sich unterscheiden, erklärt Silke Schwartau. Von der Freude über die billige Deluxe-Kopie abgesehen, hat der Preiskampf mitunter fatale Folgen. Wer etwa für ein Fertigprodukt wenig zahlen will, erhöht die Wahrscheinlichkeit, eine ordentliche Ladung Geschmacksverstärker abzukriegen. Bernsteinsäure, Glutamat, D-Glutamat, Natriumlaktat oder Ribonukleotide lassen ein Produkt lediglich hochwertiger und bekömmlicher erscheinen. Auch der vermehrte Einsatz von Medikamenten in der Tierzucht ist eine Folge des Preisdrucks. Antibiotika werden heute nicht mehr als Mittel eingesetzt, um eine zufällig auftretende Krankheit zu bekämpfen, sagt der Tierarzt und Grünen-Politiker Rupert Ebner, sondern als Produktionsmittel anstelle von Licht und Luft und Raum. Gerade beim Fleisch empfehlen Experten daher den Blick auf das Preisschild. Wenn Sie möchten, dass Ihr Schnitzel einen Weidegang hinter sich hat, können Sie nicht zu den Tiefpreisen der Discounter einkaufen, sagt Silke Schwartau. Rein geschmacklich sei der Unterschied kaum festzustellen, ergänzt Rupert Ebner. Sie finden keinen, der auf dem Teller Industriefleisch von einem artgerecht produzierten Happen unterscheiden kann. Mit welch harten Bandagen der Preiskampf geführt wird, zeigt sich bei tiefgekühlten Fertigprodukten, die als sogenannte Eigenmarken in den Verkauf gelangen. Die Kühltruhen sind die teuersten Regalmeter. Dort brauchen die Discounterware, die sich schnell dreht, weiß Matthias Wolfschmidt von der Foodwatch. Für diese teuren Regalmeter sucht der Händler Hersteller, die das Produkt zu einem bestimmten Preis bauen. Wie der Mittelständler die Vorgaben einhält, sei dem Großunternehmen egal. Es gibt Überkapazitäten, deshalb sitzen Großunternehmer am längeren Hebel. Er habe schon gestandene Manager der Lebensmittelbranche mit Tränen in den Augen gesehen, als sie sich mit einem Discounter einigen mussten, erzählt Wolfschmidt. Die Ernährungsindustrie sieht das eigentliche Problem sowieso woanders. Beim Kunden nämlich. Vor allem die Deutschen knauserten beim Essen, heißt es. Sie kauften die teuersten Küchen und kochten darin die billigsten Lebensmittel. Tatsächlich spiegelt sich unsere geringe Wertschätzung für Lebensmittel in vielen Preisvergleichen wieder. Den wertvollen Liter Milch gibt es für 60 Cent, das klebrige Zuckerwasser namens Cola für 90 Cent. Für das Ei, immerhin das Tageswerk eines Tieres, gibt der deutsche Kunde im Schnitt 25 Cent aus. Für das Überraschungsei, bestehend aus ein bisschen Zucker, Fett und kaum Kakao, berappt er 69 Cent. Das Kilo Hähnchenschenkel für den Grillabend kostet 2,08 Euro, während der Hund Futter für 4,33 Euro das Kilo bekommt. Doch wer den Kunden die Schuld an den Missständen zuschieben will, erlebt einen aufbrausenden Foodwatch-Vize Wolfschmidt. Immer wenn es Probleme gebe, sei der Böse entweder der Kunde, der billig kaufen wolle, oder, wie im Pferdefleischskandal, irgendein finsterer Geselle im Hintergrund. Der Discounter dagegen ist meist fein raus, wenn ein Skandal publik wird. Solange einem Verkäufer nicht nachgewiesen werden könne, dass er enttäuschender Absicht Etikettenschwindel begangen habe, müsse er dafür nicht gerade stehen. Die Staatsanwälte verrecken vor dem Richter, wenn sie versuchen, diesen Nachweis zu erbringen, sagt Wolfschmidt. Er möchte daher die Regeln ändern. Der Handel müsse leichter haftbar gemacht werden können für das, was er verkauft. Aus. Prinzip Verantwortung. Im heutigen Handelsdickicht jedoch, indem Zwischen- und Großhändler Chargen über Grenzen verschieben, bis das Fleisch in den Tiefkühltruhen von Edeka, Rewe, Aldi oder Lidl landet, herrscht ein System der Verantwortungslosigkeit. Der schwarze Peter wird herumgereicht, vom deutschen Discounter nach Frankreich und über Holland zum rumänischen Pferdemetzger. Auch der Kunde, der bereit ist, mehr zu bezahlen, erhält für sein Geld nur so lange gewisse Garantien, wie er das gewünschte Stück noch in einer Auslage bewundern kann. Ist das Fleisch dagegen schon zwischen den Schichten einer Lasagne verschwunden oder zu Ravioli verhackstückt worden, bietet ein hoher Preis keine Garantie mehr für Qualität. Wie also kommt man an ein medikamentenfreies, glückliches Steak von garantiert zufriedenen Produzenten? Möglich ist das. Wer sein Fleisch zum Beispiel bei der Gourmet-Manufaktur Gut Klepelshagen ordert, dem wird vollständige Transparenz garantiert. Das Tochterunternehmen der Deutschen Wildtierstiftung lässt Rinder und Schweine auf dem eigenen Gut aufwachsen. Die Tiere werden vor Ort geschlachtet und verarbeitet. Jedes Produkt kann vom Teller bis zum Tier zurückverfolgt werden, sagt Birgit Rado, die Geschäftsführerin. Die Weiderinder sind hier Landschaftspfleger, grasen nicht auf monotonen Grünflächen, sondern wildtierfreundlich und sie sind ganzjährig draußen und immer in natürlicher Bewegung. Und der Clou? Auf dem Gang zur ortsansässigen Schlachtbank begleitet die Rinder ein ihnen vertrauter Mensch. Wer Lust auf ein solches Steak hat, muss tiefer in die Tasche greifen. Man kann einwenden, was passiert, wenn alle das wollen? Die Lösung heißt Abstriche machen. Bei Bioprodukten, die als Massenware in Supermärkten liegen, werden zumindest einige Standards eingehalten, auch wenn die Ware meist nur Mindestanforderungen der EU erfüllt und nicht alles hochwertig ist. Eine andere Strategie lautet Regional einkaufen. Wo Übersicht über die Warenströme herrscht, haben Zwischenhändler weniger Möglichkeiten, dazwischen zu pfuschen. Dass das Prinzip Übersicht nicht nur auf dem Wochenmarkt funktioniert, sondern auch im größeren Rahmen anwendbar ist, zeigt ausgerechnet das Beispiel McDonalds. Selbstbewusst heißt es dort, man könne ausschließen, dass Fleisch über einen nicht zweifelsfrei bekannten Zwischenhändler in die Lieferkette von McDonalds gelangen kann. Unternehmenssprecher Philipp Wachholz klingt fast wie ein Ökohändler, wenn er sagt, zu all unseren Fleischlieferanten pflegen wir direkte, langjährige und partnerschaftliche Beziehungen. Dieses System der Rückverfolgbarkeit werde mindestens einmal jährlich unabhängig kontrolliert. Immerhin hat es die global agierende Frikadellenbude geschafft, nicht bis Redaktionsschluss in den Strudel des Fleischskandals zu geraten. Kein Pferd im Big Mac. Auch der Blick auf die saisonal verfügbaren Produkte bietet eine gewisse Sicherheitsgarantie. Weil der Käufer nicht für Lagerung oder Weitentransport zahlt, sind Erdbeeren, Äpfel oder Salatköpfe günstiger, wenn sie gerade geerntet werden. Aber auch hier gibt es eine clevere Ausnahme. Die Konservendose verlängert die Hochsaison aufs ganze Jahr. Wer eine Dose Pelati öffnet, ist meistens gut bedient. Die Tomaten, die er darin findet, wurden reif gepflückt, sie sind nährstoffreicher als im Winter oder Frühling im Supermarkt gekaufte, angeblich frische. Und sie sind billig. Dasselbe gilt für tiefgefrorene Gemüse. Wer zu Spinat, Erbsen oder Karotten aus der Truhe greift, kann davon ausgehen, dass er besser und billiger wegkommt, als der Käufer von eventuell abgehangener Ware im Biomarkt um die Ecke.